Musik Jo, was geht meine GTA-Freunde aus der Levelisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online und ich habe einen neuen Money Drop Job für euch und zwar findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung beeilt euch, bevor der gepatcht ist und zwar, wenn ihr in den Job spawnt dann geht ihr einfach in den Hangar am Flughafen, tötet einfach alle Leute und dann verlasst ihr wieder den Hangar denn dann spawnen alle andere Leute außen herum, ihr bekommt pro gekillten Typ, bekommt ihr 10.000 Dollar und wenn ihr das Geld von jemand anderem einsammelt, also wenn jetzt euer Kollege jemand tötet und ihr sammelt das Geld dann gibt es halt nur 2.000 aber macht den Job so schnell es noch geht solange Rockstar es noch nicht gepatcht hat verabredet euch unten in den Kommentaren zum gemeinsam zocken, zum gemeinsamen Geld verdienen wie gesagt, beeilt euch bevor es gepatcht wird damit bin ich auch raus und wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr Bescheid ein Däumchen wäre wunderbar und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, da würde ich mir natürlich selbstverständlich über ein Abo freuen also, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao und ciao und ciao